moin leute und willkommen zum nächsten video heute habe ich für euch mal wieder eine strategie mitgebracht und zwar eine alligator und freckl strategie das heißt die indikatoren brauchen wir wir fangen auch direkt an das heißt einmal brauchen wir hier den alligator das heißt hier wie geht er einmal kurz oben in die indikatoren rein sucht euch den alligator raus dann brauchen wir noch einmal die freckles dazu die findet ihr hier das heißt die holen uns einmal bei der rein die freckles können wir auf zwei lassen die spielen in der strategie auch gar nicht so eine große rolle sind nur quasi noch mal zusätzlichen indiz dafür dass man dort ein trade eröffnen kann wichtig ist also der alligator ich habe ihn hier aber komplett standardmäßig gelassen das einzige was ich geändert habe sind die farben weil ich das immer so mache das sind quasi hier moving averages die hier im alligator benutzt werden und die sind jetzt hier in diesen farben natürlich haben wir hier unten den stochastic oscillator auch wieder am start aber in dem fall jetzt gar nicht mehr so eine große rolle aber ich habe ihn trotzdem immer dabei weil man dadurch immer noch mal eine zusätzliche bestätigung dann hätte aber tatsächlich trainieren wir das ganze mit dem alligator das heißt der alligator so wie hier seht wäre das hier unser trading signal wir sind im 1 minuten chart machen auch 1 minuten trades das heißt das ist unser plan heute und wir warten darauf dass die kennels hier einmal die weiße linie oder die blaue linie an testen das heißt eins von beiden und danach erwarten wir hier eine rote candle und dann gehen wir in die nächste kennel für eine minute short das heißt das hier war ein perfektes beispiel ihr seht die grüne kennel dann kam die rote dadurch kam dann auch das tracktel noch dazu und danach kam hier diese super short kennel ihr seht auch schon das hier war eine engulfing kennel zu der hier also die war tiefer dadurch haben wir hier noch mal eine neue bestätigung wieder dass das ganze weiter nach unten geht und wir haben hier links auch schon mal gesehen der preis kam hier runter hat hier rejected und ist dann weiter runter gegangen das heißt wir haben hier sowieso auch noch eine widerstandszone das heißt das auch noch mal oben drauf on top das jetzt bei diesem beispiel wie trainen wir das ganze nicht wenn wir so etwas hier sehen da lassen wir die finger von weg wir wollen wirklich den clean ja den clean run sowie hier oben cross alles es ging richtig steil nach unten und dann traden wir den retest das machen wir auch nur maximal ein zwei mal und dann sind wir fertig mit dem chart wir traden das hier nicht nach vierten fünften sechsten signal kann man natürlich auch machen funktioniert auch aber die chance dass dann der trade nicht mehr funktioniert ist sehr sehr hoch das heißt fehlervermeidung hier am besten nur den ersten oder zweiten retest davon traden und sobald wir die blaue linie sowieso durchbrochen haben und an der roten sind würde ich vorsichtig damit umgehen und würde lieber gar nicht traden und dann haben wir noch mal einen anderen bereich wenn wir weiter nach links gehen dieser bereich wo quasi der chart wirklich ja range auch wenn er nach unten geht den traden wir natürlich auch komplett überhaupt nicht das heißt wir wollen wirklich so wie ihr das hier seht das ist unser bild das ist unser setup danach suchen wir ziemlich easy zu erklären würde ich sagen aber es ist natürlich leichter wenn ich euch das ganze an beispielen dann noch mal zeige noch mal erkläre das heißt lasst uns reingehen in die trades und dann schauen wir mal was heute so bei rumkommt so hier sind wir auch schon in unserem ersten trade drin ihr seht schon hier unten hat sich jetzt unser fractal geformt wir hatten hier einen retest einmal komplett auf diesem bereich haben jetzt hier noch mal retest gemacht der stochastic ist jetzt auch ungefähr in der mitte so wie er hier vorher auch war das heißt da hat man eine gute chance dass der preis ab hier dann rejectet das heißt man kann vom stochastic nicht nur oversold overboard das ganze traden sondern auch vom middle band kann man das quasi als widerstand nutzen und ich habe gesagt alles klar die bestätigung bei uns war entweder die weiße linie antesten oder die blaue plus fractal und das war in dem fall jetzt auf jeden fall ist passiert und wir haben hier das ganze long getradet das ganze sieht hier auch gerade sehr sehr gut aus das heißt unser erster trade den werden wir jetzt hier vermutlich auch gewinnen haben noch zehn sekunden aber das ganze sollte hier auf jeden fall safe sein ihr seht schon das war wieder ein perfekter retest so wie hier vorne auch das heißt so muss das ganze aussehen direkt beim ersten mal jetzt geklappt also ein sehr guter trade ja den haben wir also würde ich sagen gehen wir dann direkt mal zum nächsten trade so jetzt sind wir hier auch schon in unserem nächsten trade drin und zwar bin ich diesen trade hier eingegangen weil wir hier unser freckl jetzt gerade bekommen haben wir hatten hier einmal die weiße linie angetestet beziehungsweise die blaue theoretisch auch warum bin ich den trade jetzt eingegangen obwohl das ganze hier quasi unterhalb des bereiches ist das liegt erstens daran dass ich gesehen habe dass diese grüne kennel also es hat sich hier ein week nach oben geformt was ziemlich groß ist bedeutet eigentlich ziemlich viel druck nach unten hat sich hier auch geformt aber ich habe gemerkt wie die kennel halt am anfang aussah die hat sich wirklich so geformt dass der preis er richtung grün möchte beziehungsweise er richtung long vor allem sind wir hier auch im abtrend ihr seht das ganze und das ist der erste retest hier in dem bereich was aber ganz wichtig ist wenn wir jetzt mal nach links gucken und zwar in diesem bereich haben wir hier in widerstand das heißt das ist eigentlich der hauptgrund warum ich das ganze hier auch eingegangen bin trotz dieser kennel hier das heißt ich habe gesehen okay hier ist ein widerstand da reject mir jetzt drauf und dann geht das ganze wieder richtung long und in dem fall hat es auch wieder super funktioniert denkt aber daran die strategie ist natürlich keine 100 prozent strategie es gibt keine 100 prozent strategie aber ihr müsst versuchen zum beispiel so wie ich das machen mit zur fly demand zone eure winrate dadurch einfach zu zu steigern dass sie das hinbekommt aus allen signalen die ihr kriegt nur die besten raus pickt und nur so werdet ihr dann hinterher auch profitabel aber jetzt gehen wir mal direkt zum nächsten trade so hier sind wir auch schon in unserem nächsten trade drin warum bin ich diesen jetzt eingegangen obwohl er kein track ist und die kennen noch gar nicht fertig ist das lag jetzt daran dass ich gesagt habe okay hier war unsere erste kerze die uns schon angezeigt hat der preis möchte hier wieder nach oben gehen die nächste kennel sah auch gerade sehr grün aus ist jetzt tatsächlich dann doch in einer roten kennel hier geclosed aber der preis sah hier sehr sehr gut aus dass das ganze hier rejected und weiter richtung long geht und deswegen bin ich dort auch in den trade reingegangen natürlich ihr wartet bis der die kerze auch geclosed ist nicht so wie ich jetzt der jetzt einfach hier hinterher jumpt in ein trade das heißt ihr macht das natürlich wie wir das am anfang besprochen haben aber ich habe halt noch gesehen dass hier in diesem bereich ordentlich widerstände sind wir sind hier wirklich in diesem bereich hier das heißt wenn wir da nach unten durchbrechen würden dann würde der preis hier sowieso weiter nach unten gehen und das ganze wäre hier vorbei und würde dann kein schöner retest sein dass der preis weiterhin nach oben geht das heißt mein entry war hier nicht der beste deswegen warten wir jetzt einfach mal ab was hier passiert das war auf jeden fall nichts heißt den trade haben wir jetzt verloren jetzt warten wir trotzdem noch mal kurz auf unsere frage jetzt weil ich bleibe dabei dass das ganze hier long geht das heißt wir gehen jetzt hier mit zwei positionen rein das macht ihr bitte nicht das mache ich jetzt nur wir sind ja auch in demo aber normalerweise mache ich das auch im richtigen so dass ich dann einmal meine position verdoppelt aber danach auch nicht mehr wenn es danach nicht klappt dann war dieses signal einfach nicht das richtige heißt ich mache das ganze immer einmal und dann finito aber das müsst ihr selber wissen wie ihr das macht zu empfehlen ist es nicht vor allen dingen nicht als anfänger aber ich habe das ganze jetzt hier aus erfahrungen und so weiter gesagt alles klar das ding muss hier rejecten und bin gerade eben ja auch viel zu früh in den trade reingegangen habt ihr ja gesehen und bin dann jetzt nach unserem praktisch so wie wir es halt auch machen wollten in den trade reingegangen mal gucken ob wir diesen jetzt gewinnen werden ihr seht schon der preis der range tier gerade jetzt ein bisschen rum heißt wir müssen jetzt hier auch ein bisschen glück haben dass der preis jetzt noch hier oben drüber klost aber so sieht dann ungefähr auch das realistische trading dann aus wir das dann hinterher im markt auch sehen werdet das passiert nicht immer alles so wie ihr das gerne hätte sondern manchmal muss man sich ein bisschen anpassen muss man gucken dass man den trade trotzdem noch irgendwie gewinnt aber wir haben hiervon jetzt auch nur ein gewonnen ein verloren dann lassen wir es jetzt auch dabei dann war das jetzt nicht unser setup aber wir gucken einfach gleich in den nächsten trade das heißt bei sowas bleibe ich jetzt auch komplett weg von dem chart ich habe einen versuch gemacht ich habe noch einen versuch gemacht und danach habe ich gesagt okay zweimal nicht geklappt obwohl das stochastik unten auch gerade schön cross so wäre eigentlich ein schönes long signal nein wir gehen davon jetzt komplett weg und suchen uns einfach einen neuen trade weil ihr werdet so viele signale auf dem markt finden das ist gar nicht schlimm wenn wir das jetzt hier verloren haben quasi wir gucken einfach nach einem neuen signal und dann funktioniert das alles dort deutlich besser so hier sind wir schon in unserem nächsten trade drin ja wir haben hier tatsächlich wieder kein fractal aber guckt euch mal diese kennel hier an wie die geclosed ist die hat so ein langes week nach unten dass mich das wundern würde wenn die nächste kennel jetzt nicht großartig nach oben möchte davor haben wir schon so kleine doji kennel die uns quasi schon anzeigt okay der preis möchte hier gleich reversen und in die andere richtung gehen die nächste kennel war auch eine bullische kennel das wäre jetzt quasi die dritte kennel wenn die jetzt auch noch mal weiter nach unten geht oder auch uns noch mal ein bullisches zeichen gibt ja eigentlich muss der preis jetzt hier rejecten und richtung long gehen weil wir haben hier unten auch die blaue linie einmal angetestet da oben mit der linie hier die weiße einmal angetestet beziehungsweise eigentlich eher dieser bereich hier links wenn ihr euch den mal anguckt das hier ist unser widerstandsbereich den haben wir hier quasi gerade retestet und von dort aus geht das ganze jetzt long das heißt das ist jetzt hier unser letzter trade mal gucken ob wir den trade jetzt haben ja jetzt geht die kerze doch in die richtige richtung hier drei sekunden haben wir noch es wird trotzdem sehr knapp aber den trade haben wir auf jeden fall gewonnen das heißt bei sowas habe ich jetzt ein bisschen ein anderes movement erwartet dass hier wirklich eine ordentliche kennel nach oben geht weil ihr seht schon der preis wurde hier also der wurde wirklich hier über diese zone komplett nach oben gedrückt wenn uns das ganze hier einmal noch mal kurz einzeichnen wenn ihr nicht genau wisst worüber ich überhaupt rede das hier wäre unsere zone gewesen in dem bereich der preis kam hier rein ist hier komplett gebaut und jetzt seht ihr schon ist hier auch das volumen dass die kerze dann doch mal nach oben möchte das wollte ich gerade eben sehen aber er struggelt hier ein bisschen rum und könnte sein dass es gleich dann doch noch mal weiter nach unten geht und vielleicht dieser abtrennt hier gleich schon gebrochen ist das ist immer schwierig zu sagen aber nach der kennel musste man einfach in den trade rein hat in dem fall ja auch geklappt aber das weiß man vorher halt nie so 100 prozent deswegen kommen auch gerne noch mal drauf zurück es gibt keine 100 prozent strategie aber ihr müsst das beste draus machen versucht sie so gut es geht zu perfektionieren eure strategie egal welche ich habe so viel auf meinem channel sucht euch einfach eine davon raus und sagt okay die gefällt mir am besten die ist es weil im endeffekt kannst du mit jeder strategie erfolgreich werden profitabel werden du musst nur lange genug üben und du musst den markt kennenlernen du kannst jetzt nicht davon ausgehen dass du hier an einem wochenende einfach mal kurz durch ziehst und dann bist du komplett profitabel und machst hier ordentlich cash so leicht ist es dann doch nicht das hat hier mit viel übungen und viel lernen zu tun aber das kann jeder schaffen wenn man das denn gerne möchte falls ihr euch noch keine account gemacht habt könnt ihr gerne mit meinem link in der video beschreibung bei pocket option euch registrieren ich kriege da extra noch mal ein bonus oben drauf aber ansonsten wisst ihr das ja aus meinen vergangenen videos ganz easy könnt euch da registrieren und auch zur not erstmal demo machen so wie ihr bock habt so wie ihr bock habt aber ihr kriegt natürlich auf eure erste einzahlung noch mal ein bonus drauf aber ansonsten falls ihr noch nicht abonniert habt wir haben jetzt wirklich fast die 1000 ich muss es momentan in jedem video sagen aber wir haben fast die 1000 abonnenten und ich würde mich sehr freuen über ein abo das ist kostet euch nichts ihr werdet immer informiert und die glocke auch aktivieren dann kriegt ihr sogar eine benachrichtigung dann wisst ihr immer wenn es hier neue videos gibt weil regelmäßig videos sind hier auf jeden fall an der tagesordnung ich hoffe es hat euch gefallen ansonsten lasst gerne einen kommentar da und ich würde sagen sehen wir uns dann beim nächsten video bis dahin haut rein